Zum dritten Kampf vor, machen Sie eine kleine Pause, wenn Sie kurz die Toilette nutzen können oder die Gewürtung ausnutzen. Zehn Minuten Pause, danach geht es zum dritten Kampf. Kommt aus Shukushima aus Japan, ist 1,80m groß und wiegt 80kg. Der andere Wrestler ist 1,80m groß und wiegt 75kg und kommt aus der Schweiz. Ja, ich weiß nicht was ich meine. Das ist gut steigend. Pano-Büsten. Pano-Büsten. Pano-Büsten ist argentisch. Ach, Kuba! Ach, Kuba! Ach, Kuba! Ach, Kuba! Ja, das ist schön. Ja, das wird noch gar nicht mit mir zeigen. Das ist auch nicht. Das ist's! Pano-Büsten. Der muss wohl keine Flüge auf dem Weg geben! Auf geht's! Vielen Dank. 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 Yeah. Yeah. Okay. 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 Okay.